ich habe bisher einen einzigen anstrich auf diese sektion hier unten verwendet und das ist definitiv zu wenig von daher damit kriege ich nichts mehr gebacken da muss neue farbe drauf aber ich habe mich im satz unterbrochen von daher ist derzeit noch eine lage dran und zwar ziemlich gründlich natürlich auch von der innenseite dabei kann ich von der innenseite besonders gut erkennen dass die neue lage ziemlich deckend ist weil es leuchtet hier kein licht mehr rein durch die ritzen das gleiche spiel ist natürlich bei dieser doppeltür hier fertig und die braucht tatsächlich auch noch einen zweiten anstrich auf diese einleger arbeiten dann Vielen Dank. Auch hier die Aktion noch auf die Innenseite. So, soweit so gut. Jetzt kommt man wieder ins Wasserblatt. Ich hatte dieses Teil hier ja schon hergerichtet, damit es hier reinpasst. Oder auf die andere Seite. Dieses Teil hier ist vom Konzept her nicht so gut gelungen. Und ich möchte jetzt diese vorbereitete Platte hier noch zu Ende arbeiten. Ich hatte die auch 26 Breite geschnitten. Wobei ich hier eine Länge habe von 27,9. Ja, 27,9. Ähm... Und da muss ich einen glatten Zentimeter absieben. Oder weil ich das nicht komplett hier rein kriege. So, haut es mal gerade hin. Und mehr kann ich jetzt gar nicht mal tun. Und... So... Vielen Dank.